Hallo und herzlich Willkommen. Diesmal war es an einer Einzelmission mit Nachtflug. Wir sollen auf einem Angriff teilnehmen, auf einem Flugplatz. Flugzeug ist FW 190 Würger. Gucken. Wollen wir noch mal gucken. Was damit gemeint ist, auch für der Baumkron. Ich bin ja schon recht tief, aber da hinten steht ein Tor. Eventuell sollen wir da durch. Ah, jetzt stehen wir schon startbereit. Nur weiß ich nicht, ob die jetzt auch starten wollen. Gucken wir mal, wo wir uns erstmal um die Flak heben. So, um vorbeifliegen. Eine steht da noch. Eine war gerade abgehoben. Das war's. Das ging ja fix. Hm. Kann sich auch ein bisschen was einfallen lassen hier. Aber gut, vielleicht wird es schwieriger in den späteren Stufen. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Puh.